Und willkommen zum fünften Vlog. Ich bin Pascal und ich animiere den Webcomic. Ich habe mich mit den Comic-Artists zusammengesetzt und wir haben uns die Seiten rausgesucht, die für den Trailer in Frage kommen. Diese Daten habe ich jetzt erhalten und starte jetzt mit der Animation. Die ursprünglich geplanten Ideen mussten ein bisschen verworfen werden, aber das kriege ich schon ganz gut hin und bis jetzt sind die ersten vier Seiten fertig und das Team ist ganz zufrieden. Für die Animation verwende ich das Programm After Effects und das wird eine Motion Graphics Animation, wo wir Stück für Stück Keyframes setzen und ich lasse Schnee regnen zum Beispiel oder Sprechblasen werden einfach eingeblendet, damit das Webcomic sich ein bisschen bewegt und nicht einfach nur Bilder für Bilder gezeigt werden und ihr euch das Webcomic ein bisschen schmackhaft macht. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020